yo servus und zwar bevor dieses video erst startet möchte ich nur noch kurz darauf hinweisen dieses video ist nicht ernst gemeint ich will keinen der akteure beleidigen ich wollte nur ein bisschen spaß machen mit den streamern die ich gerade geschaut habe und ich habe von den streamern die ich geschaut habe auch die erlaubnis das hochzuladen also hoffe ich dass es alles klappt was ich mir jetzt da angerechnet habe jeder der in diesem stream dabei war doch verlinkt ich weiß gar nicht was ich sagen soll einfach nur ja einfach nur dass ihr mir halt jetzt nicht böse seid ok horos kuhn alles ja gleich fragen weil ich das mal ein bisschen versäume wie alt du bist auch 16 ok und was möchtest du zum thema eingesperrt beitragen ok welche erfahrung hast du mit dem thema ich habe die erfahrung dass es sehr leicht ist da rein zu setzen und es oft sehr schwer ist rauszukommen und ich wollte eigentlich nur ein paar tipps geben weil ich das halt auch erlebt habe ok wie hast du das erlebt und wann hat es bei dir angefangen angefangen hat mit 14 und ja ich hatte dann ein spiel gespielt das war das war das war das du hast es früher als ich worgens nacht nicht so früh ja und das hat einfach spaß gemacht die probleme auf den alltag da mal zu filtern wie viel zeit hast du mit dem spiel verbracht so am tag zwei bis drei stunden am tag ich bin da jetzt bei uns ich wollte aber nur sagen der tipp der ist einfach falls man merkt okay ich bin jetzt zu viel und nicht zu acht also andere sachen einfach mehr weniger weniger und dann gehen wir mal so einen tag verzichten dann zwei dann mal eine woche ok dann geht das auch wieder das hat dir geholfen ja ja das wollte ich noch mal loswerden ja da hätte ich noch eine frage zu bist du da allein drauf gekommen oder hattest du da irgendjemanden der dir geholfen hat ein kumpel der hat das gesagt ach okay und dann hat es so funktioniert und wie hast du die zeit dann genutzt also hast du da vielleicht noch und also ich meine dass jeder anders natürlich aber die zeit die du nicht mehr gespielt hast wie hast du die für dich genutzt ähm ich habe ich möchte daraus sagen habe sachen geschaut wie jemand der jetzt bar klettern ach da sachen geil die halt gestreamt gerade muss er sagen umgehen weniger spielen mehr rausgehen lernen okay also hast du dich sozusagen ich will nicht sagen den wichtigeren dingen aber irgendwo ist es ja schon ein bisschen so hast du dann sozusagen den weg zurück ins normale leben gefunden ja ja ich möchte mich noch bedanken bei zwei leuten und zwar den vorken im park der wiederholt okay ja schön dass du hier durchdrucken hast und den tipp ich hoffe das hat Marc jetzt auch mitbekommen und kann daran arbeiten oder das zumindest mal ausprobieren jeder ist natürlich anders aber vielleicht hilft es ja bei ihm auch und da bedanke ich mich schon mal ganz doll bei dir und ich wünsche dir noch einen schönen abend und alles gute für die zukunft ja danke tschüss wie nice danke 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 ich danke danke ich